Hallo und Willkommen zurück bei Arch-Age. Ich glaube, Arch-Age hört sich immer noch besser an, obwohl es, glaube ich, falsch ist. Äh, ja, ich glaube, ich fliege doch mal hier mit so einem Zeppelin mal mit. Ähm, ach ja, hier ist noch einer, der... den wir mal Golfnamen haben, dann gucken wir mal. Unsere Häuser mögen verloren sein, aber immerhin konnten wir verhindern, dass sich das Feuer auf die Felder ausbreitet. Danke, Fremdlingen, aber keine Sorge, ich werde dir helfen, wie versprochen. Äh, vor dir haben schon andere in die Schwarzhauch-Höhle... was, vorher haben sich schon andere in die Schwarzhauch-Höhle gewagt. Aber wenn Krell glaubt, du seist bereit, dann wird dem schon so sein. Wenn du dich wirklich nicht von deinem Vorhaben abbringen lässt, bring diesen Brief zu Ellen in Wolkenkorn. Hm, sie kann dir mehr darüber sagen. Okay. Ach, da hinten sind die Spinnen-Kokos. Alles klar. Iiih. Okay. Das sind natürlich auch mal wieder ein paar hübsche Spinnen. Iiih. Die konnte ich ja gar nicht umwerfen. Gemein. Oh, und da ist eine Quest. Da ist auch eine Quest. Befreiter Händler. Uh, das Gift der Spinnen ist schon in meinem Blutkreislauf. Es ist zu spät für mich. Wir können die Leute des Oxygen-Clans immer noch retten. Nimm dieses Pflanzenergänzungsmittel, um die vertrockneten Falkenblumen wiederzubeleben. Sobald sie wiederhergestellt sind, wird ihr Duft die Spinnen vom Dorf fernhalten. Es tut mir leid, ich werde schnell schwächer. Ja, schnell, Pebble, die Pflanzen wieder auf. Rette die Dorfbewohner. Ja, und dann... Verstarb er. Mhm, mhm, mhm. Ich glaube, es ist zu spät. Ja, und die mal einfach alle auf. Danke, dass du versucht hast. Und so weiter. Ah, das sind die Falkenblumen. Ach, das ist schon eine wiederbelebte. Hier, die da. Puiu. Na? Mhm. Oh. Die auch. Wunderbar. Und dann, äh, ja. Äh, die Jungs stehen mir hier mal ein bisschen zu, zu dicht dran. Naja, gegen zwei ist Mist. Äh? Wo soll ich dich doch haben? Menno. Na, dann hau ich halt Spinnen. Irgendeiner muss die ja hier ausmerzen. Sturmangriff und überwältigen. Auf Rang drei. Okay, ähm. Das sollte doch reichen. Ich denke mal, man muss hier tatsächlich auch ein bisschen, äh, grinden nebenher. Weil sonst levelt, also, oder ansonsten gehen halt die Quests hier in, äh, zu hohe Stufen. Ist das der Schatten, oder? Irgendwie ganz komisch. Hör, meine armen Freunde. Sie wollten doch nur helfen. Ich danke dir. Ich bin froh, dass du ihnen in ihren letzten, in ihren letzten Momenten etwas Trost spenden konntest. Kann halt nur ein Mob. So, das heißt, wir müssen jetzt hier wieder zurück. Äh, wo ist denn der? Da. Mittagsrast ist gesichert. Hervorragend. Dann haben unsere Krieger die Hände frei für den Angriff auf das Schimmerlager im Westen. Ich hoffe, du bist bereit für eine Herausforderung. Denn die nächste Prüfung wird die bislang härteste. Die Schimmer sind keine gewöhnliche Bande von Dieben und Teilsabschneidern. Sie sind ein finsterer nekromantischer Kult, der sich, äh, zum Ziel gesetzt hat, dieses Land und die Lebensweise der Firan zunichte zu machen. Ich habe bereits meine Krieger ausgesandt, um den Angriff zu starten, aber ich habe eine andere Aufgabe für dich im Sinn. Schleiche dich hinter die Frontlinie bis in die Schimmerfestung hinein. Dort kannst du den größten Schaden anrichten. Ja. Die mir sehr wahrscheinlich auch. Finde die Schimmer-Nekromanten, ihre Wächter und ihre schrecklichen, untoten Kreationen. Besiege so viele du kannst. Mit deiner Hilfe werden wir sie von innen heraus vernichten. Wenn du fertig bist, suche einen Krieger namens Yeehound in Wolkenkorn auf. Er wird sicher noch mehr für dich zu tun haben, um uns dabei zu helfen, die Ebene von diesen Obszönitäten zu befreien. Die Obszönitäten. So, wohin? Da lang. Ja. Er kann das eigentlich ganz gut. Hm. Ich. Gehe jetzt hier mal tatsächlich so ein bisschen hier ins Landesinnere und gucke, was hier so ist. Hier ist ein Hirsch. Kauen wir mal so ein Hirsch. Einfach nur so, weil wir es können. Ja, der hat auch eine Geldbörse dabei. Aber die können wir... Können nicht häuten. Ich frag mich, wie wir da an Leder kommen. Ich weiß nicht, ob das da so eine gute Idee ist, wenn ich da jetzt reinspringe. Das Belohnung hängt vom Beitrag ab. Hilf, folgende Personen zu besiegen. Schimmerkönigin. Ah, zu spät. Läuft. Clan-Killer. Ha. So, wo ist der? Zwei. 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 Hm. Keine Ahnung. Also, ich hab den Mob jetzt noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob das, was wir jetzt hier machen, irgendwie was bringt. Also, außer jetzt Erfahrungspunkte und so. Aber ich find, ich seh den König da halt nicht. Hilf, folgende Personen zu besiegen. Schimmerkönig. Ja, irgendwas. Kämpfer, Kämpfer, Kämpfer. Oh, 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 oh. Ja, wenn ich jetzt hier den, den König sehen würde. So, äh, ja. Da sind wir wieder. Irgendwie, ich, ich hoffe, die, die Aufnahme hat das irgendwie ausgehalten. Äh, ja, irgendwie fuhre das komplette Spiel hier ein. Ist ein bisschen hardwareintensiv. Also, äh, immer wenn ich hier, äh, Spiel schließe, äh, hab ich hier irgendwie diverse Warnmeldungen von wegen Hitze. Äh, passiert mir normalerweise so nicht. Äh, aber hier anscheinend geht's dann doch ein bisschen auf die Performance von Grafikkarte und, äh, ja, vom Prozessor oder sonst irgendwie was. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar hitzige Probleme. Aber ich glaub nicht, dass es deswegen war, äh, dass ich hier, dass das Spiel sich eingefroren hatte. Keine Ahnung. Äh, aber wir waren ja jetzt hier immer noch dran. Hier irgendwie einen König zu töten. Auch wenn ich immer noch nicht weiß, wo der sein soll. Ich weiß auch gar nicht, ob wir hier überhaupt da ne, 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 ne Quest richtig haben oder ob das ein Event ist. Das Ding ist, ist hier, hängt vom Beitrag ab und alles andere ist halt irgendwie, äh, ganz normal. Ah, da wird gezählt. Okay. Kriegt man dann tatsächlich extra Fortschritt. So, hier ist aber keiner drin. Holzblock. Ich kann das Licht anmachen und wieder ausmachen. Ich würde aber gerne wissen, wo der König steckt. Alles, alles kein König. Alles nur Kämpfer. Kämpfer, Kämpfer. Kämpfer, Kämpfer. Eskorte. 12 von 8. Ja. Aha. Aha. Da war er. Warum auch immer. Wuch. So, daran hier. Johannes. Kann ich nicht nehmen. Hat einer halt dann mitgeplündert. Ähm. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie auch Events sind. Kann ich jetzt so nicht sagen, aber... Irgendwas war's. Und wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Er hat genau in die falsche Richtung gelatscht. Und wie springen wir denn hier bitte schön an? Mit den Hinterpfoten zuerst? Ja, tatsächlich. Der Oxion-Clan dankt dir dafür, dass du sein Land beschützt hast. Versteckte Quest. Naja. Weiß zwar nicht, inwiefern die versteckt war. Aber ist dann grad mal wurscht. XP nehmen wir immer gerne. Oh ja. Sehr schön. Versuchen zu looten. Und dann hier einfach durch die Gegend schieben. Irgendwie haben wir den da hinten am Schwanz gepackt und dann die ganze Zeit hochgezogen. Ich weiß es nicht. So, wir müssen hier hoch. Schlacht der goldenen Ebene. Schlacht bebt in halb Konja. Schlacht in fünf Minuten. Was auch immer das ist. Aber Schlacht hört sich nicht gut an. Hier gibt es dann irgendwie noch hier Prozesse gegen Spieler. Ach, das sind dann tatsächlich hier Player-Killer. Oh Gott. Äh, ja. Bin hier grad ein bisschen den Chat am Lesen. Aber, äh, so richtig verstehen tu ich es jetzt auch nicht. Was da halt abgeht. Äh, äh, äh. Party of others. Aha. Wird in allen Punkten für schuldig befunden und zu neun Minuten Gefängnis verurteilt. Aha. Na ja, neun Minuten ist ja jetzt auch nicht so wirklich viel. Was können wir denn hier machen? Wasser holen. Ich hab mal Wasser geholt. Ich weiß aber nicht warum. Ähm. Quests abgeben. Hup. Da sind die Quests. Äh. Mara Tamune ist eindeutig von deinen Fähigkeiten beeindruckt. Sonst hätte er dich nicht zu mir geschickt. Es ist mir egal, ob du dein Tiro-Ritual bestanden hast oder nicht. Ich brauche starke Kämpfer. Na ja, da parkt einer jetzt sein, äh, Reittier hier davor. Naja. Wir hatten genug Probleme, die Akasi abzuwehren. Äh. Geh weg mit dem Vieh. Äh. Diese Drecking-Echsen konnten noch nie in ihrem eigenen Land bleiben. Trotzdem würde ich es lieber mit einem Dutzend von ihnen aufnehmen, als mit den Dingern, mit denen wir es jetzt zu tun haben. Die Schluchten im Westen sind Städten uralter Magie, die einst von den großen Schamanen unseres Volkes genutzt wurden. Seit kurzem taucht jedoch untote Scheusale in den Nebeln auf, die das Auge der Nacht umgeben. Unser Schamane Koi ist mit einigen Kriegern in die Schluchten gezogen, um sie zu reinigen. Doch das ist schon drei Tage her und er ist noch nicht zurückgekehrt. Ich befürchte das Schlimmste. Sein Lehrling Shusechi kehrt als einziger zurück. Mit seiner Hilfe gelingt dir vielleicht, was unsere Krieger nicht schafften. Sprich bitte mit ihm, finde heraus, was unserem Schamanen zugestoßen ist und bereite die Bedrohung für die Untoten ein Ende. Bereite der Untoten ein Ende. Blablablub. Äh. Ja. Gut. Werden wir machen. Und da unten müssen wir auch noch hin. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Skillverwalter. Ich gucke gerade hier so rum. Hm. Ach, hier ist auch ein Gasthaus. Oh, nicht. Was können wir hier dran machen? Kohlenpfanne. Licht. Na gut. Können wir auch wieder nur an und aus machen. Naja, egal. Äh. Wurscht. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Bis dann. Und wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Vielen Dank.